Hallo! Hallo! Willkommen bei einem Special Unboxing. Wir sind immer noch am Cross Day. Wir haben Sonntag, also wir haben Samstag und Sonntag müssen wir noch drauf. Und heute haben wir gekauft ein Funko Pop Overwatch. Es gab nur zwei. Macbree haben wir schon. Was ist los hier? Den boxen wir jetzt zusammen aus. Harry Potter. Harry Potter! Harry Potter! Das ist von Rune Online, da haben wir den gekauft. Schleichwerbung. Schleichwerbung. Ja, Rune Online. Aber es geht nicht um Rune Online, es geht um Lucille. Der hat auch so einen Zopf, ich hoffe der steht. Obwohl, der hat so Dinger, da hat er Gegengewicht, glaube ich. Der slidert. Ja, der Hand steht da schon mal. Das ist gut. Das ist cool. Es peilen so viele um. Wie war das nochmal, der so extrem umfällt? Macbree. Macbree fällt so extrem um. Das habe ich euch ja schon vorgewarnt, dass der umfällt. Die Brille kann man nicht hoch und runter schieben, aber die Haare sind cool. Ja. Die Brille ist auch cool, weil die halt so transparent ist. Genau wie die Slider. Der ist cool. Das war jetzt ein kurzes Special Unboxing. Soll ich meine auch Unboxing? Ihr habt ja auch Channels. Ja. Die zwei Channels verlinke ich noch in den Kommentaren. Also in der Infobox. Und dann könnt ihr auch bei den beiden mal vorbeigucken. Weil die haben auch noch ein paar Videos von der Con, die haben ja auch gefilmt. Ja. Da haben wir es ein bisschen … Ja das wird schon. Alles klar. Ja bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.